Es war einmal ein Müller. Der Müller hatte drei Söhne. Eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten in der Mühle arbeiten, der Esel die Mehlsäcke tragen und die Katze Mäuse fangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel. Der Jüngste den Kater. Der Jüngste Sohn aber war traurig und sprach zu sich selbst. Mein ältester Bruder kann Korn malen, mein zweiter Bruder kann aus seinem Esel reiten, was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich kann mir ein paar Handschuhe aus seinem Fell machen lassen, aber das ist auch alles. Der Kater verstand die Menschensprache und sagte zum Sohn. Hör! Warum sollst du mich für ein paar schlechte Handschuhe töten? Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dann kann ich ausgehen und dir helfen. Der Müllersohn wunderte sich, dass der Kater sprechen konnte. Aber da ging gerade der Schuster vorbei, so rief er ihn herein und ließ dem Kater ein paar Stiefel machen. Als die Stiefel fertig waren, zog sie der Kater an. Dann nahm er einen Sack voll Korn, nahm ihn auf den Rücken und ging zur Tür hinaus. Als der Kater in einen Wald kam, machte er den Sack auf und verteilte das Korn. Dann versteckte er sich hinter einem Baum und wartete. Es dauerte nicht lange, da kamen die Fasane auch schon gelaufen, fanden das Korn und hüpften in den Sack hinein. Als alle Fasane im Sack waren, nahm der Kater den Sack, machte ihn gut zu und ging zum Schloss des Königs. Der Kater wusste nämlich, dass der König sehr, sehr gern Fasane aß. Als er zum König kam, sagte er, Mein Heer, der Graf von Karabas, schickt ihnen diese Fasane, er hat sie gerade gefangen. Der König freute sich über die schönen dicken Fasane, denn Fasane waren sein Lieblingshessen. Er schenkte dem Kater viele große Goldmünzen, sagte, Bring das deinem Herrn und dank ihn vielmals für sein Geschenk. So ging der Kater nun jeden Tag zum Schloss, brachte Fasane und bekam Gold dafür. Das Gold gab er dem Müllersohn. Der freute sich sehr darüber. Eines Tages hörte der Kater, dass der König eine Spazierfahrt mit seiner Tochter machen wollte. Der Kater lief schnell nach Hause und sagte zu seinem Herrn, Komm sofort mit zum See, der König macht eine Spazierfahrt. Der Müllersohn zog seine Jacke an und ging mit dem Kater zum See. Am See angekommen, sagte der Kater zum Müllersohn, Zieh deine Kleider aus und spring in den See. Der Kater aber nahm die Kleider und versteckte sie. Der Müllersohn wunderte sich sehr, stellte aber keine Fragen. Nach kurzer Zeit kam auch schon die Kutsche des Königs. Als der Kater den König sah, rief er, Hilfe, 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 die Kutsche hielt an und der König fragte. Was ist passiert? Böse Räuber haben meinem Herrn die Kleider gestohlen, antwortete der Kater. Oh, ich lass dem Grafen sofort neue Kleider bringen, sagte der König und schickte einen Diener zum Schloss. Bald kam der Diener mit den Kleidern zurück. Der Müllersohn zog die schönen neuen Kleider an, ein weißes Hemd, eine blaue Jacke und eine gestreifte Hose. Dann lud ihn der König zu einer Fahrt ein. In der Kutsche saß auch die Königstochter. Sie trug ein weißes Kleid und hatte lange blonde Haare. Der Königstochter gefiel der Graf sehr gut, und auch der Müllersohn fand die Königstochter attraktiv. Der Müllersohn stieg also ein, der Kater aber lief der Kutsche eilig voraus. Der Kater kam zu einem Kornfeld. Es war so groß, dass es niemand übersehen konnte. Mehr als zweihundert Leute standen auf dem Feld und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute, fragte der Kater. Dem Zauberer, antworteten die Bauern. Hört, jetzt wird der König vorbeifahren und wenn er fragt, wem das Korn gehört, so antwortet, dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle sterben. Nachdem der Kater mit den Bauern gesprochen hatte, lief er eilig weiter. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald, da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Bäume und machten Holz. Wem gehört der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer, antworteten die Holzfäller. Hört, gleich fährt der König vorbei und wenn er fragt, wem der Wald gehört, so antwortet. Dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, so müsst ihr alle sterben. Nachdem der Kater mit den Holzfällern gesprochen hatte, lief er eilig weiter zum Schloss des Zauberers. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu dem großen Feld. Wem gehört das Korn? fragte der König. Dem Herrn Grafen, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf, sagte der König. Bald kam der Kater zum Schloss des Zauberers. Da der Kater sehr mutig war, ging er ohne Angst ins Schloss hinein und suchte den Zauberer. Bald hatte er auch schon den Zauberer gefunden. Er trug einen langen schwarzen Mantel, einen schwarzen spitzen Hut, hatte lange weiße Haare und sah sehr böse aus. Der Zauberer sah den Kater von oben bis unten an und fragte ihn unfreundlich. »Was willst du?« Der Kater sagte ohne Angst, »Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier verwandeln kannst.« »Ich bin gekommen und möchte das sehen.« Der Zauberer sagte stolz, »Das ist eine Kleinigkeit« und verwandelte sich in einen Löwen. »Oh, toll«, sagte der Kater, »Da habe ich ja richtig Angst bekommen.« »Aber sag mal, kannst du dich auch in eine Maus verwandeln?« Lachte der Zauberer laut und sagte, »Nichts leichter als das« und verwandelte sich in eine Maus. Zu spät erkannte der Zauberer, dass er einen großen Fehler gemacht hatte. Der Kater aber tat einen Sprung und fraß die Maus ganz auf. Dann sah er sich alle Zimmer im Schloss genau an. Der Kater wartete ungeduldig auf die Kutsche des Königs und sah sich alle Zimmer im Schloss an. Endlich kamen der König, die Königstochter und der Müllersohn an. Der Kater stand oben auf der Schloßtreppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Tür auf und sagte, »Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen. Er freut sich sehr über euren Besuch.« Der König stieg aus und wunderte sich über das prächtige Gebäude. Das war fast größer und schöner als sein Schloss. Der Kater zeigte ihnen alle Zimmer des Schlosses, und zum Schluss führte er sie in einem großen Saal. Dort gab es ein köstliches Mittagessen. Der König aß und trank und nach sechs Gläsern Wein sagte er zum Müllersohn. »Ja, also, wenn du meine Tochter heiraten willst, ich habe nichts dagegen.« Der Müllersohn und die Königstochter waren einverstanden, und am nächsten Tag wurde die Hochzeit gefeiert. Der Kater war auch sehr glücklich, denn jetzt musste er keine Mäuse mehr fangen. Als der König starb, wurde der Müllersohn König, und er ernannte den Kater zum ersten Minister. Der König ist eine Stimme. Vielen Dank.